Die gesamte Liste unserer Forderungen finden Sie in den Broschüren, an den Infoständen und im Internet unter der Plattform. Uns reicht's. Eine einzelne Kerze bringt die Dunkelheit nicht zum Verschwinden. Aber sie kann ein bisschen Wärme spenden und den Weg für den nächsten Schritt ausleuchten. Und an ihrer Flamme können sich viele weitere Lichter entzünden. Um ein weithin sichtbares, friedliches Zeichen zu setzen, entzünden wir heute symbolisch eine riesige, moderne Kerze. Wir haben nämlich den Börserleuchtturm der Günstlerin Brigitte Kobanz so programmieren lassen, dass er eine unserer Botschaft aussendet. In diesem Augenblick und noch bis morgen früh mausen Lichtimpulse in Weiß, der Farbe der Unschuld und Orange, der Farbe der Schwimmwesten, das Bertolt Brecht zugeschriebene Zitat, wo Unrecht zurecht wird, wird Widerstand zur Pflicht in die Nacht hinaus. Ein Flyer zu diesem Kunstprojekt liegt auf den Infotischen auf. Im Internet findet ihr eine Live-Schaltung. Da könnt ihr das alle ansehen. Auf der Homepage flucht-ländle.at Also an alle diejenigen, die ein Smartphone haben, ihr könnt das gerne nachvollziehen. Und an diejenigen, die noch einen Spaziergang machen wollen, nach Börs hinüber. Der Leuchtturm ist kaum zu übersehen und es freut uns, dass wir das mit integrieren können. Applaus